Was ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich so. Bravo, bravo. Ich bin so ein bisschen wie mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Habt ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. Charlotte. Charlotte Dübal. Ich weiß nicht. Grüne Augen. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt in Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Vad hat mir schwierig. Machia bis zumusters. Ich schäu dir sein. Ich finde membran. Ich verschabelt. Imagine the Analytian police. Ich schabelt mir einfach gleichчик. Weil ich jetzt Tik прид rescue. Im recuperat bin. Ich bin geil drin. Das war mir dieöh응ung hör.